Hallo Herr Seekräuter, willkommen zu dieser Ausgabe Ausblick. Und zwar einen kurzen Ausblick auf das, was uns mit Update 084 und späteren Updates erwartet in Sachen CV-Rework-Änderung. Zum einen gibt es zwei Änderungen bei direkten Flugzeugträgern, Graf Zeppelin und Harkurio. Und dann gibt es Änderungen, die alle Flugzeugträger betreffen, sowie alle Kapitäne, die gerne Schiff fahren und nicht so gerne ihre Schiffe torpediert sehen oder mit Bomben beworfen sehen. Fangen wir direkt an. Graf Zeppelin kriegt einen Buff und zwar bei den AP-Bombern. Die Anpanserungspenetration wird um 11 mm erhöht, die Angriffszeit der AP-Bomber wird von 6 auf 8 Sekunden verlängert und die Fallgeschwindigkeit der Bomben um 13% erhöht. Außerdem wird der innere und äußere Kreis verkleinert. Das heißt, ihr werft eure Bomben genauer ab. Ihr könnt euch jetzt besser einzielen, ihr habt eine höhere Penetration, das heißt, ihr macht mehr Schaden. Und eins darf man nicht vergessen, in diesen 8 Sekunden Angriffszeit seid ihr natürlich auch länger weniger verwundbar. Nämlich diese, jetzt lasst mich kurz lügen, aus dem Gedächtnisprotokoll, ca. 30% weniger Schaden fresst ihr ja, sobald euer Kreis, euer Einzelkreis grün ist. Dann kriegt ihr einfach, kriegt jedes Flugzeug weniger Schaden, das ist übrigens bei den Torpedobombern genauso. Wenn die dann im Angriff sind, fressen die 30% weniger Schaden, als wenn sie nicht im Angriff wären. Und ja, das ist eben das Besondere, die Graf Zeppelin hat eine spezielle Anflugskurve und deswegen brauchte die diese Angriffszeitverlängerung, um eben dann weniger Schaden zu fressen. Und damit sind die Bomber dann ticken effektiver. Diese Änderung begrüße ich bei der Graf Zeppelin und bringt sie dann wieder ein bisschen näher, noch näher zusammen, die Premium-Trägen. Dann geht's weiter mit der Hakurio. Und zwar wisst ihr bei der Hakurio wahrscheinlich, dass sie viele verschiedene Varianten der Torpedobomber hat, wenn sie final ausgebaut sind. Nämlich die Mod 7 Variante, wo ihr zwei Torpedos abwerfen könnt und jeder macht 9.333 Schaden. Und eben die mit den vier Torpedobombern, wo eben der gleiche Alpha-Damage steht. Und genau diese Mod 8 Version, die wird jetzt verändert. Es werden weiterhin vier Bomber sein, aber die Vorbereitungszeit für den Angriff wird von 5 auf 2,5 Sekunden reduziert. Die Einzielgeschwindigkeit, wenn ihr dann im Anflug seid, wird deutlich erhöht, sodass ihr relativ schnell eigentlich einzielen könnt auf den Gegner. Die Angriffszeit, also dann, wenn ihr flach über das Wasser flutscht, dann von 10 auf 8 Sekunden reduziert. Das heißt, ihr müsst euch da so ein bisschen besser präparieren, vorbereiten. Ihr kriegt einen Buff und zwar einen richtig krassen Torpedoscharfschaltdistanz. Torpedos ist nicht mehr bei 1.182 Metern, sondern nur noch bei 698 Metern. Das sind fast 500 Meter, die ihr da jetzt näher an den Gegner ranfliegen könnt, um eure Torpedos abzuwerfen. Und sie dann halt immer noch, dass sie immer noch scharf beim Gegner ankommen. Dann wird die kleinstmögliche Streuung der Torpedos leicht reduziert. Ist das jetzt ein Buff? Ist das jetzt ein Nerf? Das ist mir nicht ganz klar bei der Formulierung. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht euch da mal schlau. Wenn ihr es besser wisst, wenn ihr meint, es interpretieren zu können, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann geht es weiter. Und zwar mit der Zeit zwischen den Angriffen. Die ist nämlich bei der Hakurio bei 4 Sekunden gewesen. Und jetzt alles, wie gesagt, Work in Progress, alles im Test, im Public Test dann auch, wird von 4 auf 2 Sekunden verkürzt. Die Reparaturmannschaft kann nicht mehr ganz so viel leisten, wie bei den Standardflugzeugen. Denn die Reparaturleistung wird um die Hälfte reduziert bei diesem 4er-Angriff, bei dem Mod 8 Torpedobombern. Das heißt, das ist definitiv schon mal ein Nerf. Ihr könnt also nicht so viel gegen den Flaktschaden gegen heilen. Und dann kommt der richtige Nerf, nämlich die Schadensreduzierung bei Angriffen. Das, was bei der Graf Zeppelin eben gerade noch verlängert wurde, um die AP-Bomber einfach länger überleben. Das wird jetzt bei der Hakurio bei der Mod 8 Version nur da jetzt komplett entfernt. Das heißt, die Flugzeuge, die da im Anflug sind, kriegen 100% an Schaden. Oder eben das an Schaden, was da eingestellt ist mit der Sektorverstärkung und so weiter. Da wird nichts reduziert von dem Flugzeug, außer der durch die Skillung mit diesen 10% Flugzeugpanzerung und so weiter. Also die können natürlich immer noch reduziert werden. Aber es ist schon eine krasse Geschichte. Spätestens ab der Mittelstreckenflag pressen die Dinger wahrscheinlich auf T10 so viel Schaden, dass möglicherweise kaum noch Torpedos richtig ankommen können beim gegnerischen Schiff. Also gerade auf T10-Gefechten wird das eine echte Herausforderung. Bei T8-Gefechten sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Wenn der Hakurio-Kapitän drauf hat und weiß, welche T8-Schiffe anzufliegen sind, könnte er da massiv viel Schaden machen. Muss man einfach mal so sagen. Auf eine Bismarck oder so. Die Flak ist zwar nicht schlecht, aber gegen T10-Bomber ist sie dann immer noch nicht gut genug. Ist so meine persönliche Einschätzung. Ich freue mich aber darauf, dass es jetzt zwei komplett verschiedene Spielweisen gibt. Nicht nur durch einen längeren oder verkürzten Abwurf, sondern jetzt haben wir ja nahezu gleiche Abwurf-Scharfschaltdistanzen. Dafür hat der eine eben eine längere Überlebensfähigkeit. Dafür macht er aber weniger Schadenspotenzial. Und die andere Variante mit Mod 8 hat ein sehr, sehr hohes Schadenspotenzial, aber geht quasi mit jedem Anflug all in, kann man sagen. Ich bin gespannt. Wird getestet in Update 0.8.4. Und nochmal der Hinweis. Alles, was ich euch jetzt gerade erzählt habe oder erzähle, alles Work in Progress, kann sich alles noch ändern, ist überhaupt nicht final. Und jetzt kommen wir zu den nächsten sieben Punkten, die sich in dem Spiel mit dem Update 0.8.4 frühestens ändern. Und zwar gibt es diese sogenannte T-Time für Flugzeugträger. Wenn man T6-Flugzeugträger fährt, dann muss man, nachdem das Gefecht begonnen hat, nochmal 15 Sekunden warten, bis man seine Flugzeuge starten kann. Mit T8 dann 30 Sekunden und mit T10 sogar 45 Sekunden, bis die ersten Flieger in der Luft sein können. Also immer nochmal schön euren Alliierten winken und dann könnt ihr langsam in die Flugzeuge steigen und die dann in den Himmel schicken und euch vielleicht mal überlegen, wo ihr hinfliegen wollt und so weiter und so fort. Das ist eben notwendig, um die Tarnungsbalance so ein bisschen zu erhalten. Und ich habe euch da eine Menge zu erzählt in der letzten Ausgabe vom Ausblick. Und da sind wir nochmal ein bisschen detailliert darauf eingegangen, warum Wargaming das wohl macht. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, einfach rüberschalten aufs andere Video. Das ist ebenfalls so kurz wie dieses. Dann wird das Verbrauchsmaterial Motorkühlung, seht ihr hier jetzt gerade eingeblendet, verändert. Und zwar wird es verallgemeinert auf allen Flugzeugen. Nämlich der Geschwindigkeitsschub. Also wenn ihr jetzt Gas gebt, da wird ja auch Motorkühlung für verbraucht, wird auf allen Flugzeugen den gleichen Geschwindigkeitsschub und auf allen Stufen den gleichen Geschwindigkeitsschub bieten. Das heißt, bei T4 bis T10 gibt es 35 Knoten on top. Und bei der Bremswirkung gibt es 17,5 Knoten Geschwindigkeitsverringerung. In Zukunft ist das pauschal auf allen Tierstufen gleich. Außer für japanische Flugzeuge, alle japanischen Flugzeuge und Schlachtflugzeuge aller Nationen bekommen 40 Knoten Boost und 20 Knoten Bremswirkung. Also da ist der Unterschied. Japaner und Schlachtflugzeuge aller Nationen bekommen eben eine höhere Bremswirkung oder einen höheren Boost. Dafür ist die Boost-Dauer ja kürzer. Und alle anderen Nationen haben eben 17,5 Knoten Geschwindigkeitsverringerung und 35 Knoten Geschwindigkeitserhöhung. Dann geht es weiter. Mit dem Update 084 wird die Interaktion von den HE-Bombern mit Zerstörerfahrern überarbeitet. Und jetzt werden viele Zerstörerfahrer von euch da draußen sagen, Ja, endlich! Ja, es wird wirklich verändert. Nämlich die Streuungs- und Zielmechanik der Ellipse wird so überarbeitet, dass es nicht mehr so einfach möglich ist für Kapitäne, die mit HE-Bombern unterwegs sind, die Zerstörer zu treffen. Es wird die Ellipse wohl sehr, sehr länglich werden, nicht mehr so breit. Aber es ist eben so, dass die Granaten sich nicht mehr so dort zur Mitte orientieren, wie sie es aktuell noch tun, also die HE-Bomben. Und somit ist es noch schwieriger, euch zu treffen. Und ja, dafür ist es aber so, dass wohl trotz alledem Manöver durchgeführt werden können von den HE-Bombern, dafür aber diese Visierstabilisierung oder Visierstabilität nicht abnimmt. Also die bleiben eingezielt, auch wenn sie Manöver durchführen. Das ist sozusagen das, was man dafür hergibt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich dieser Ansatz durchsetzt. Schreibt mir gerne eure Kommentare unter dieses Video. Würde mich super freuen, wenn ihr mir dazu ein bisschen was erzählt, wie so eure Wahrnehmung als vielleicht Zerstörerfahrer ist, ob das ein Weg in die richtige Richtung ist. Dann wird der Autopilot komplett überarbeitet. Dieses doofe Ding, was mich immer wieder gegen die Insel drückt, obwohl ich irgendwie schon einen ganz anderen Kurs gesetzt habe. Ich habe erst neulich wieder zwei Gefechte gehabt, wo mir der Autopilot das Gefecht gekostet hat, effektiv, weil ich einfach drei Minuten lang versuchen musste, diesen Scheiß-Träger da wegzumanövrieren von der Insel. Aber jetzt wird es wohl endlich besser. Mit 084 könnte es soweit sein, denn der Autopilot erkennt wohl Obstreckles, also quasi Inseln in der Nähe und umfährt die automatisch. Das wird ja auch mal Zeit bei diesen Riesendingern. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Und weiter geht es mit den guten Nachrichten für Koop-Fans und Trainingsraumgefechte. Denn endlich werden wohl mit Update 084 Bots Flugzeugträger und Flugzeuge steuern können, aber nur im Koop- und im Trainingsraumgefechten. Diejenigen, die sich jetzt auf Unternehmen gefreut haben, die müssen wir leider noch ein bisschen vertrösten oder vertröstet Wargaming, denn da müssen noch Flugmanöver und Flugkünste geschult werden, um eben da die Schlagkraft in Unternehmen auch bei den Bots dementsprechend zu gestalten. Und dann geht es weiter. Ja, diese Luftabwehrsektoren-Mechanik, die wird komplett überarbeitet. Das ist schon unser sechster Punkt, den ich jetzt erzähle. Ja, der wird komplett überarbeitet. Das ist nicht nur eine optische Geschichte, die da überarbeitet wird, sondern komplett, wie diese Mechanik dann wohl funktioniert. Und das wird in 084 in einer ersten Version eingesetzt werden. Und da muss man halt gucken, wie sich das dann durchsetzt. Denn da kommen wir gleich zu Punkt 7. Es soll nämlich in Zukunft so sein, dass Gefechtsstatistiken, also der verursachte Schaden an Flugzeugen, nach dem Gefecht angezeigt werden. In einem zukünftigen Update, also dem Update 085 oder 086 oder was auch immer dann noch kommt, könnte es dann oder soll es dann so sein, dass man nicht nur für das Band Flugzeuge abgeschossen Geld bekommt und Erfahrungspunkte gutgeschrieben bekommt, also anteilig, prozentual, sondern eben runtergerechnet auf den Schaden, den man an Flugzeugen gemacht hat. Und nicht mehr nur für den Kill sozusagen, für den Flugzeugkill. Das finde ich super, super interessant und wird die Ökonomie natürlich beeinflussen. Deswegen sagen sie auch, sie fügen jetzt erstmal diese Mechanik der Flugabwehrsektorenüberarbeitung ein. Wie genau die in Zukunft aussehen wird, werden wir in einer zukünftigen Ausgabe vom Ausblick hier behandeln. Das ist auch jetzt noch nicht ganz klar. Aber diese Ökonomieangleichung werden sie dann erst später machen, um zu gucken, wie das mit der Flugabwehrsektorsteuerung sozusagen dann einhergeht. Diese Flugabwehrsektoren werden deswegen überarbeitet, dass man eben ein besseres Gefühl dafür bekommt, wenn man sich schon die Mühe gibt und Sektoren verändert, dass man dann aber auch eben davon überdurchschnittlich profitiert. Dass jemand, der sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert man in der Flugabwehrsektor, eben dementsprechend Benefit von der ganzen Geschichte bekommt. Wie gesagt, jetzt ist alles vorläufig, alles Work in Progress, nichts ist final. Ich fordere euch jetzt aber trotzdem auf, schreibt mir mal eure Gedanken. Was findet ihr gut oder was findet ihr scheiße an diesen CV-Rework-Änderungen? Es mag Leute geben da draußen, die sagen, der CV-Rework wäre generell doof. Ja, wie gesagt, versucht konstruktiv zu bleiben, versucht eure Meinung auf den Punkt zu bringen, aber bitte eine konstruktive Meinung. Das ist mir allemal lieber als irgendwie einfach nur, ist alles Kacke. Ich mag keine Grund auf negativen Personen und ich denke, das bringt uns auch nicht weiter. Wir haben den CV-Rework und wir müssen da jetzt durch. Wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über eure Kommentare freuen. Und jetzt kommen wir dann zur Abmoderation. Ich hoffe, euch hat diese Version vom Ausblick gefallen und hat euch ein paar Informationen gegeben. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, wird am Ende auch nochmal einen Hinweis dazu geben. Empfehlt uns gerne weiter, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe oder dem nächsten Video, dem nächsten Livestream hier auf unserem Kanal. Ich danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. See you, Arsch. See you. See you. Vielen Dank.